Das ist im Sinne des Wortes. So, Zwischenboss. Wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Ach ja, der schießt ja solche komischen Dinger da. Ähm... Ah ja, ich muss oben drauf springen, damit das Teil sich da öffnet. Genau, damit dieses komische Dreh-Dings dagegen stößt. Nein, nicht gegen mich. Ich weiß nicht, dass ich das abdecken kann. So. So, damit es kaputt geht. Auch mal wieder eine neue Idee. Was man auch schon einen anderen Sonic-Teil noch nie gesehen hat. Da ist eigentlich der Boden hier. So, Schild, komm runter. Okay. Danke. Akt 1 geschafft! Ich hab im Moment keine Ahnung, wie viele Zonen wir noch vor uns hatten. Jemals hab ich grade, äh, ich glaub mein Leben gekriegt, oder? Was macht Tails bitteschön hier? Nichts. Gut. Ach gut. Find ich auch gut. Nein, ich mag das Füchssich nicht. Wenn zweiter Spieler das spielt, ist das natürlich eine feine Sache. Weil man ja gezielt auch irgendwas machen kann, an der Schilderwasser. Ähm... Aber wenn die KI quasi das Ganze übernimmt, dann hat sie irgendwie... Naja. Ich sag mal so wenig Sinn. So. Nein. Ach, ich liebe Wamper. Ich liebe sie so sehr. Hab ich das schon mal erwähnt? Ich denke schon. Ah! Das war klar. So. Juhu. Die Kanone. Zack. Falsche Richtung. Geht's hier lang? Oh, das nehm ich doch gerne. Das nehm ich doch gerne. Ja, wenn wir den Weg lang... Wo kommen wir da hoch? Juhu! Was? Ich kann mich doch gar nicht mehr an den Boss erinnern, von dem Ganzen... Na. Dann gehen wir doch nicht lang. Ah, jetzt wird's aber lustig. Wie schön diese 10 Extra-Punkte so ganz euphorisch aufleuchten. Jetzt lass mich doch mal da hoch, du blödes Ding. Ja, dann halt nicht. Dann gehe ich da unten an. Wenn ich aber noch lang kann. Ja. Unterweg bei Sonic 3 Leveln ist manchmal nicht mehr so ganz eindeutig. Wie wahrscheinlich 2. Achja, da gab es einen Spark. Sploing, Sploing, danke. Und hoch und runter und wieder hoch und da wird man hochgeschleudert. Feuerschild, ach komm, why not. So. So. Hoch, hoch drücken, runter drücken. Und hoch drücken, damit man hochgeschleudert wird. Und wieder 100 Ränge. Extra Leben. Die Extra-Leben, die ich vorher verplempert habe an dem Boss, ist schon wieder weg. Hab ich gerade mit dem Feuerstuhl in den Gegner gerannt und jetzt kaputt gegangen? Danke schon. Oh, was Nettes. Oh. Nicht nochmal, Freund. Der Sonne. Wo ist ja Nacht. Danke. Ja, und... Ich laufe gegen eine unsichtbare Wand. Und Nose, er stellt das Licht aus. Was für ein Hindernis. Was für ein faszinendes Hindernis. Ich hab schon das Wasser schild. Juhu. Denn ich muss jetzt unter Wasser. Na, geht's weiter. Ich weiß gar nicht, kann man's auf dem Video sehen, das Gelb, das schon so orange leuchtet? Ach, ich hab gedacht, die Spikes sind abgewehrt. Okay. Halt nicht. Alter, runter, 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 danke. Ist schon mal Luft. Der in den Luftballons ist ja Luft drüben. Hohoho. Ist das, ist das was? Und ich brauch das Wasser, äh, die Luft schon gar nicht mehr, weil das Wasser schmied abläuft. Kurz an der Nase kratzen. Weiter geht's. Durch fröhliche, äh, äh, Dingsbums hier. Durch das Monochrom-Level ist gar nicht mehr so bunt. Ist schon bunt. Weil der böse, böse Knuckles hat ja, äh, das Licht ausgestellt. In der Hoffnung Sonic dadurch aufzuhalten. Hust. Ach, Bouncer in jeder Variation ist das herrlich. Ach, ich liebe Bouncer. Gibt es eigentlich Sonic-Hacks? Mit eigener Sonic-Level? Bouncer's Paradise? Oder sowas. Wer was weiß, ne? Komm jetzt. Und so. Lass mich da durch. Ich will einfach nur das Level beenden. Ins nächste Level. Ha, ha, ha. Ich glaube, das nächste Level müsste eigentlich, dass ich dieses Schnee... Ja, klar. Dieses, äh, Schnee, äh, Schifa-Dingeskirchen sein. Ja, Doppel, äh, Doppel, Doppel-Rings, ach. Da geht's weiter. Und da lang. Und ein bisschen hoch. Und da geht das Licht wieder an. Hooray! Da hat Knuckles jetzt richtig was Böses getan, um mich aufzuhalten. Mann, Mann, Mann. Ist doch schon bald der Endbox mal gekommen. Ist schon lang, lang her. Ich bin schon fünf Minuten im Level. Hoch. Und runter. Und hoch. Und hoch. Einfach unsilisch. Hoch oder runter? Muss man? Na, ich muss runter. Aha! Ja, ja, ja. Das ist mal so knapp. Ja, und Verwundbarkeit. Wo ich sie grad so dringend brauche, wie man sieht. Weil da ja so viele Gegner sind, die eigentlich, äh, kaputten. Nämlich null. Ja, und das schützt ja auch viel. Und das ist auch keine Aufmerksamkeit.